Powerfrauen weiter, denn es läuft seit einer Woche ein Grand Prix Schachturnier in München. Zwölf internationale Top-Spielerinnen sind im Einsatz. Es geht um 80.000 Euro Preisgeld. Es geht um die Chance, die Weltmeisterin herauszufordern. Und wir haben heute mal vorbeigeschaut am fünften Tag. Fünfter Tag beim Grand Prix der Damen Schach hier in München. Die deutsche Großmeisterin Elisabeth Petz wird genau an diesem Brett spielen. Bisher vier Partien absolviert. Wie sind Sie bisher zufrieden, Elisabeth? Ja, zurzeit kann ich mich nicht beklagen. Also ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwo mich im Mittelfeld einspiele. Und das ist bis jetzt auch der Fall. Also keine Überraschung jetzt in irgendeiner Hinsicht von meiner Seite. Generell haben Sie so ein bisschen auch darüber hinaus erfahren, wie dieses Turnier angenommen wird, auch von der Öffentlichkeit? Weil für München ist es das größte Turnier seit drei Jahrzehnten. Es ist eigentlich sogar im höheren Sinne das erste wirklich sehr starke Frauenturnier in Deutschland. Nicht nur in München. Und natürlich ist das für Deutschland als auch für München eine ganz tolle Sache. Und ich hoffe, es wird nicht das letzte super Frauenturnier in Deutschland sein. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass mit der Krulich AG auch ein sehr, sehr guter Sponsor gefunden wurde, der sich bereit erklärt hat, dieses Turnier auszurichten. Und die deutsche Großmeisterin Elisabeth Petz wird genau an diesem Tisch heute ihr fünftes Turnierspiel austragen. Bisher läuft es vielleicht noch nicht ganz so, wie gewünscht für eine der beiden deutschen Spielerinnen. Kommentiert wird der Schach Grand Prix hier aus München von der österreichischen internationalen Meisterin Veronika Exler und vom Münchner Großmeister Stefan Kindermann. Wie läuft es bisher, Veronika, aus Ihrer Sicht bei diesem Turnier? Gibt es große Erwartungen, die erfüllt worden sind oder gibt es auch ganz wahnsinnige Enttäuschungen? Also es ist total spannend. Ich finde wirklich jede Partie total aufregend. Und alle Spielerinnen sind natürlich circa gleich stark. Von dem her gibt es nicht wirklich eine Top-Favoritin. Meine persönliche Favoritin ist sogar die momentan Führende, die Alexandra Kosteniuk. Sie hat momentan 4 aus 4. Also ein super Start. Aber mal sehen, wie es dann weitergehen wird. Wie ist es für die deutschen Spielerinnen bisher gelaufen? Ja, leider nicht ganz so gut. Also gerade bei der Dinara ist es sehr schade, denn sie hatte eine besonders tolle Partie in der zweiten Runde. Auch sonst alle Partien bis jetzt sehr stark gespielt. War dann halt leider doch noch verloren. Aber zumindest hat sie gestern ihr erstes Remis holen können. Und bei Elisabeth Petz würde ich sagen, läuft es ganz okay. Also da ist noch alles möglich. Nun sind wir hier in dem Saal, der relativ nüchtern ausschaut, in dem die Partien ausgetragen werden. In dem kein Publikum mit dabei ist. Die Spiele werden alle online übertragen. Und es gibt auch die ersten natürlich Rückschlüsse, wie gut das Ganze ankommt. Stefan, wie viele Zugriffe gab es bisher? Wie viel Aufmerksamkeit erregt dieser Grand Prix hier aus München? Ja, soweit ich gesehen habe auf dem YouTube-Channel, wo die Kommentare von Veronika und mir übertragen werden, sind doch im Schnitt immer so 10.000 Zugriffe momentan pro Turniertag. Aber es läuft auf anderen Kanälen auch noch. Also ich denke, am Ende des Turniers kann man sich ja mit einigen hunderttausend Zugriffen rechnen. Es war so, dass gerade zur Eröffnung und am ersten Tag in jeder Zeitung in München war etwas über diesen Schach Grand Prix zu lesen. Weil es so ungewöhnlich ist, dass ein Turnier für Frauen in dieser Größenordnung in München ausgetragen wird? Oder weil es generell erstmal so eine Turnierserie, es sind ja vier Turniere insgesamt, dann überhaupt gibt? Auf jeden Fall kann man sagen, dass es das hochkarätigste Turnier in München seit 30 Jahren ist. Eben dank dem Sponsoring von Roman Krulig, der einer der größten Schachförderer Deutschlands seit vielen Jahren ist. Und natürlich, das erregt Aufmerksamkeit, eine so hochkarätige Veranstaltung. Und noch dazu hier mit Damenspielerinnen, was ja trotzdem immer noch ein bisschen was Besonderes ist. Ich bin jetzt nicht so erstaunt, dass das großes Interesse erweckt. Wie schwer oder wie leicht war es, ein solches Turnier in so einer Größenordnung zu stemmen und dann nach München zu bekommen? Ist es 30 Jahre oder mehr her, dass ein vergleichbares Turnier überhaupt ausgetragen worden ist in der Stadt? Naja, das ist unserer guten Beziehung zur FIDE geschuldet, dass sie München auch sehr gerne als Austragungsort akzeptiert haben. Und was wir halt auch dadurch erreichen konnten, ist, dass zwei Deutsche an dem Turnier teilnehmen können. Also wir haben sozusagen eine, nicht Wildcard kann man es nicht nennen, weil die Nara Wagner hat sich auch schachlich perfekt dafür qualifiziert. Aber es sind eben zwei Deutsche dabei, was mich natürlich sehr freut. Sie selber sind auch ein Unterstützer und Förderer der Münchner Schachstiftung. Was wird für die möglichst getan, dass das mehr Aufmerksamkeit bekommt, nicht nur in der Stadt, sondern auch darüber hinaus? Ja, wir haben morgen im Rahmen des Turniers ein spielfreier Tag. Da haben wir einen Charity-Abend zugunsten der Münchner Schachstiftung, die von mir vor 15 Jahren gegründet wurde. Mit insgesamt 130 Gästen und da erwarten wir auch mit einer entsprechenden Auktion und da erwarten wir uns ein bisschen Spendengelder für die Münchner Schachstiftung. Ich glaube gerade für Schachspielerinnen, die ja leider immer noch ein bisschen unterrepräsentiert sind, im Vergleich zu männlichen, beziehungsweise Mädchen zu Jungs, immer noch zu wenig Mädchen. Ich glaube schon, dass das so eine Vorbildwirkung hat, wenn man hier die besten Spielerinnen in der Welt sehen kann in Aktion und sehen, dass es total Spaß macht und ankommt. Ich glaube schon, dass das eben eine sehr positive Wirkung haben wird. Und mit unserer Schachstiftung sind wir ja vor allem an Grundschulen tätig, also für den Grundschulen in sozialen Brennpunkten. Und auch da gerade die Mädchen zu ermutigen, dass sie Schach lernen können und das noch etwas fürs Leben bringt. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns. Es wird am 7. Februar einen Charity-Abend geben, der ex auch gemacht wird, an dem sich auch die Spielerinnen dann zu Gast sein werden. Auch dort wird gesammelt für die Münchner Schachstiftung. Haben sich da schon weitere namhafte Gäste angekündigt, die vielleicht auch die Möglichkeit nutzen wollen, selber ein bisschen da in Erscheinung zu treten? Ja, also zum einen, wobei das jetzt glaube ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigt ist, das Ehepaar Breitner, weil der Paul Breitner, der war auch schon mal das Schirmherr beim Schachternier, das wir für die Münchner Pfennigparade organisiert haben. Das machen wir einmal im Jahr für Menschen mit Körperbehinderung, weil für die ist auch Schach ein großartiges Mittel, um zu zeigen, was für großartige Fähigkeiten sie haben. Selbst wenn sie körperlich stark eingeschränkt sind, also genau der Paul Breitner mit Frau hat ursprünglich zugesagt, das war noch nicht ganz sicher. Der Präsident des Weltschachtbundes wird kommen, also der auch eine sehr hochkarätige Personalie ist und ansonsten sind jetzt also keine Super-A-Prominente dabei, aber ich glaube schon, dass es ein sehr hochkarätiges Publikum sein wird. Die Preissumme, um die gespielt wird, sind 80.000 Euro. Das klingt für ein Frauenschachtturnier schon sehr hoch dotiert. Ist das auch mit einem Magnet, dass Frauen sagen, jawohl, gerade die internationale Spitze, wir kommen nach München? Naja, klar. Also das ist schon ein richtig gutes Geld. Ich selbst habe eigentlich nur 700 Euro für den ersten Platz einmal gewonnen bei einem Turnier. Also im Vergleich natürlich nichts. Aber ich finde es auch total fair, dass die Spielerinnen viel Geld hier verdienen können. Und dann schließlich muss man bedenken, sie haben auch hohe Kosten. Alleine die Anreise normalerweise, dann haben sie auch noch Sekundanten, die sie unterstützen. Also es gibt wirklich jede Menge, wo die Spielerinnen auch viel Geld ausgeben müssen. Eine Sache noch, die sicherlich den meisten nichts verraten wird, ist das sogenannte Round-Robin-System, was hier gespielt wird. Bitte da mal von der internationalen Schachmeisterin die Erklärung. Was bedeutet das? Wie läuft das Ganze ab? Im Prinzip ist es einfach nur ein Rundenturnier. Das heißt, das bedeutet, die Spielerinnen spielen alle eben einmal gegeneinander. Und das ist im Vorhinein schon festgelegt, wer wann gegen wen spielt. Mittlerweile, ich habe nachgelesen, weil, das wusste ich auch nicht, es sind über 10.000 Kinder, Jugendliche, die mittlerweile von der Münchner Stachstiftung gefördert, betreut wurden. Eine Zahl, die Sie selber sehr stolz macht. Ich denke, bei der Größenordnung dürfte es so sein. Streben Sie was noch Größeres an? Naja, wir haben eine sehr konstante Entwicklung genommen in den letzten 15 Jahren. Wir haben uns immer, immer sozusagen besser entwickelt, immer mehr Kinder noch zum Unterricht bekommen. Wir haben eine wahnsinnige Nachfrage von den Grundschulen. Also wir können eigentlich die Nachfrage gar nicht decken, die wir von den Grundschulen zurückbekommen. Und wir leben natürlich von Spendengeldern. Ich selber trage die gesamten Personalkosten der Münchner Schachstiftung inklusive Miete etc., sodass jede Euro zusätzliche Spende wirklich direkt in die Projekte gehen kann. Und zum Abschluss, die Frage muss natürlich kommen. Ist es eine einmalige Geschichte oder sind Sie einer, der im Hintergrund schon plant und, ja das heißt, es ist ein bisschen verschwörig, vielleicht die Fäden schon zieht oder die Weichen stellt, sagen wir es mal ja so, dass so etwas mit einer gewissen Regelmäßigkeit dann in München stattfinden kann? Also wir werden es sicherlich nicht jedes Jahr machen können, das ist jetzt schon mal was Außerordentliches. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir so im Zeitraum von drei Jahren wieder so ein ähnliches Turnier nach München holen, ja. Bis zum kommenden Montag wird noch gespielt, es gibt nur einen Tag frei zwischendrin. Was sind noch so Ihre eigenen Erwartungen an sich selbst, auch an die Konkurrenz? Wir haben ja schon jetzt beobachten können, wer sich wie stark präsentiert. Ehrlich gesagt ist es immer ganz praktisch, nicht an irgendwelche Erwartungen oder Resultate zu denken, sondern wirklich Partie für Partie zu gehen und das mache ich auch, denn sonst, wenn man sich zu sehr irgendetwas vornimmt, dann geht das meistens schief. Wie sind die Erwartungen für die nächsten Tage, für die im Prinzip zweite Turnierwoche, denn bis zum 13. Februar geht das Ganze noch. Es haben sich ein paar schon so herauskristallisiert, die mit den Punkten vorneweg sind. Werden das vielleicht auch die sein, die über den gesamten Turnierzeitraum dominieren werden? Ja, also momentan schaut es definitiv so aus, als ob die ehemalige Weltmeisterin Alexandra Kosteniuk, die ja bis jetzt alle vier Partien gewonnen hat, in Topform ist. Und mich würde es sehr überraschen, wenn sie das nicht durchhält. Sie hätten momentan ja sogar eineinhalb Punkte Vorsprung auf die zweite, was schon viel ist. Und vor allem hoffen wir natürlich für das deutsche Publikum, dass die deutschen Spielerinnen noch weiter aufholen. Also ich glaube übrigens nicht, dass die Elisabeth Peetz jetzt wirklich sehr zufrieden ist, weil sie eine Partie durch einen ungewöhnlich groben Fehler, also einen richtigen Blackout verloren hat. Und deswegen aber, dass sie gezeigt hat, dass sie viel Potenzial hat. Und eine weitere Partie, wo sie auf Gewinn stand, auch etwas unglücklich Noremi geworden ist. Also da hat sie letztlich schon mindestens einen Punkt so halb verschenkt, beziehungsweise ein bisschen Pech gehabt, so hat man es im Schach sagen kann. Also da hoffen wir sehr, dass sie jetzt eine starke Aufholjagd gelingt. Wir drücken die Daumen für die Deutschen. Vielen Dank, Herr Schnappchen-Kindermann. Vielen Dank, Veronika Exler, für diese kleine Einführung. Wir müssen uns langsam, glaube ich, auch aus dem Saal heraus schleichen fast. Oder werden mehr oder weniger rausgebeten, denn die Spielerinnen werden gleich kommen und dann wollen sie die Partien des fünften Tages fortsetzen. Das war es an der Stelle auch von der Sportarena. Wer übrigens mal möchte, kann hier gern mit dabei sein. Eintritt ist kostenlos beim Grand Prix der Damen hier im Hotel vier Jahreszeiten Kempinski. Aber man kann das Ganze auch online sehr gut verfolgen und hat dann auch Top-Kommentatoren. Und von meiner Seite aus ist jetzt mal Ruhe für den Abend. Servus.